Im letzten Videobeitrag ging es darum, in sich selbst zu investieren, in die eigene Persönlichkeit zu investieren. Und heute möchte ich daran nochmal anknüpfen. Hallo erstmal, mein Name ist Irmgard, schön, dass du, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich hatte im letzten Video das so ein bisschen, ja, im Hinblick auf die eigene Investition ein bisschen mit Geld verknüpft, mit Geldenergie, mit einer Investition in der Richtung. Und heute möchte ich dir einfach auch mal bewusst machen, dass du auch in dich selbst investieren kannst und dass das nicht immer etwas muss mit Geldenergie zu tun haben. Zum einen, wenn du in deine Persönlichkeit investieren möchtest, in der Richtung ist das Internet wirklich zur Zeit ein absoluter Segen. Du findest so, so viele kostenlose Kurse, Anregungen, Aspekte, allein auf dem YouTube-Kanal oder auf so vielen Homepages von Persönlichkeitstrainern, von Mentaltrainern, wo du wirklich aus einem ganz großen Pool einfach schöpfen kannst und dir ganz viele Inspirationen nehmen kannst und so ja auch in dich selbst investieren kannst. Du kannst aber auch unabhängig von diesen Medien in dich selbst investieren, indem du zum Beispiel, ja, dir selbst mal ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenkst. Auch damit investierst du in dich, indem du mal vielleicht ein bisschen mutiger wirst, Entscheidungen zu treffen und ein bisschen mutiger auf dein Herz hörst. Auch damit investierst du in dich. Du kannst auch mal die Entscheidung ganz bewusst treffen, mal heute ein wenig mehr der Freude einen Platz in deinem Leben einzuräumen oder der Heiterkeit, dem Spaß, einfach dem kleinen Kind nochmal einen Raum zu geben. Auch damit investierst du in dich und deine Persönlichkeit. Das schenkt dir alles Kraft und Energie, lässt dein Leben glücklicher werden, lässt dir mehr Glücksmomente einfach in deinem Leben zu. Und ja, du wirst so merken einfach, dass du zu einem bewussteren und freudvolleren Leben alles in allem einfach damit findest. Und deshalb dieser kleine Beitrag heute noch im Nachhinein. Die Investition in sich selbst, in die eigene Persönlichkeit hat nicht immer was mit Geldenergie zu tun, sondern es beginnt auch schon damit, mal vielleicht etwas mutiger zu sein, um Entscheidungen zu treffen. Oder etwas mehr Freude und Spaß im Leben zu haben oder sich eben auch mal überhaupt auf einen anderen Weg zu begeben. Wenn man merkt, man ist so ganz arg auf dem Holzweg unterwegs, dann gehört auch schon mal Mut dazu, die Entscheidung zu treffen, die Richtung zu ändern. Oder sich eben auch im Hinblick auf Freundes- und Bekanntenkreis von meinen Märkten, da sind so viele Menschen in meinem Umfeld, die mir nicht gut tun, die mir vielleicht auch Energie rauben, mit denen ich nicht dorthin komme, wo ich gerne vom Herzen her, von meiner Entwicklung her hin möchte. Da gehört einfach auch Mut dazu, in der Richtung, ja, Entscheidungen zu treffen, auch Entscheidungen dann dahingehend zu treffen, mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, wo man wirklich weiterkommt, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man wirklich ganz inspirierende Gespräche führen kann. Und ja, auch das ist ein Stück Investition in die eigene Persönlichkeit. Das war die kleine Inspiration für heute. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Danke für dein Dabeisein. Deine Angad.